Das ist jetzt die Übung. Wir machen eins, zwei, eins, zwei. Warum? Warum wollen wir das machen? Die Technik ist, er schlägt jetzt linke, linke gerade. Es gibt ein paar Möglichkeiten für Abwehr, je nachdem wie breit ich bin. Oder ich soll es anders sagen. Die Abwehrtechnik selbst ist immer gleich. Inside Defense. Zum Beispiel, wenn wir Face-to-Face sind, er schlägt, das ist immer mein Abwehr. Aber es kommt darauf an, was kommt danach, oder wie schnell ich Kontern kann, es kommt darauf an, wie bereit ich bin. Wenn ich total überrascht bin, immer aufs Handy, keine Abwehr, keine Kontern, klar. Wenn ich nur ein bisschen überrascht bin, dann kann ich Out-Boom-Saw-Content, weil die Hände noch runter sind. Auf der Straße meine ich nicht jetzt. Wenn wir in Sparren sind. Dann kommt die Möglichkeit, wo wir diskutieren etwas, oder es versucht vielleicht zu eskalieren. Boom. Es hat nicht geklappt. Kontern, Abwehr, aber Gegenschlag war ein bisschen spät. Dann kommt es noch. Dann kommt es noch. So, dass ich noch besser vorbereitet bin. Kein schneller Kontern. Und jetzt, und deswegen haben wir auch die Sachen geguckt. Ich bin 100% bereit. Ich warte nur. Ich weiß 100% dass es kommt. Warte nur, bis ihr es macht. Okay, nochmal. Das war eins. Abwehr, mit der Hand, mit dem Körper, gleichzeitige Gegenschlag. Alles kommt zusammen. Schritt raus, so dass er nicht weiter schleifen kann. Bam. Noch ein Konter. Ich kann hier übrigens seinen Arm festhalten oder nicht. Okay, das heißt, es könnte bam bam so sein, aber es könnte auch bam so sein, was für mich fest ist. Okay? So, jetzt langsam anfangen. Er gibt mir das Signal. Okay. Bam bam. So, jetzt wollen wir aufgehen. Bam bam. Läuft gut? Darf er schneller machen? Läuft gut? Schneller und schneller und schneller, bis er das, keine Ahnung, 80% schneller machen kann. Das ist ungefähr realistisch für die Straße. Keine Schläge auf die Straße. Das geht nicht. Okay? Normalerweise, wenn jemand da schon angreift, diese Sachen, dieses Tempo ist etwa realistischer. Okay? So ist einfach es. Langsam anfangen. Dann ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Das ist gut. Drei Minuten Pfanne eins, drei Minuten Pfanne zwei. Drei Minuten Pfanne. Wir sehen uns. Keine Schläge auf den Korn. Dann wren wir uns. Wir sehen uns. Itsemen. Wir sehen uns auf einmal aus den Zischenchenken. Wir sehen uns auf einmal. Wir sehen uns auf die Straßen und die Straßenfläche. Wir sehen uns auf einmal aus. Die Nachg empowering und die Straßenfläche anrufen. Vielen Dank.